Schönen guten Morgen und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Channel. Leute, ich hoffe euch geht es weiter gut. Bevor wir starten würde ich gerne euch als Herzlinge unterstützen, einen Crater mit Impact 82. Sowie liken und abonnieren nicht vergessen, alles kostenlos für euch. Ganz oben weiter, Deadpool and Wolverine als Paket für 3.6. Die kamen ja gestern neu mit rein, sowohl auch einzeln zu ordern. Wie gesagt, wir sind ja gestern schon alles durchgegangen. So, wir machen ein bisschen weiter, Ravenpool, Kuschelpool, soweit alles bekannt. Ein bisschen Zubehör, auch nichts Neues, Stranger Things ist wieder zurück. Stießschläger, ja ich weiß nicht. Weißer Anzug, sieht aus wie so ein Strampelanzug. Adidas Skins, weiterhin hier mit am Start, bis zum 30. Verfügbar noch, genau. Auch hier ein bisschen Zubehör. Pirates of the Caribbean noch ein bisschen länger hier, mit dabei, bis zum 7.8. So, was haben wir noch? Wir sind auf der Suche nach etwas Neuem. Champions der Akademie sind auch zurück. Ja, soweit alles bekannt, brauchen wir jetzt nicht mehr da durchgehen. Leer kann die Tage neu mit rein. Hier haben wir ein neues Emote. Passt natürlich zu dem Skin, als Mopser. So, Widers, auch zurück. Tiefsee, na gut. Wie gesagt, nichts Besonderes eigentlich. Hier hat sie nichts getan. Die CS-Scans weiterhin mit dabei. Hm, was haben wir noch schöneres? Auftragspaket, alles beim Alten. Aber hier gibt es auch eine Zündung. Sehr gut. Okay, Gem-Songs, wie ein Copyright spielen wir jetzt nicht ab. Metallica weiterhin hier mit dabei. Bisschen Lego, Fortnite Crew. Nichts Neues. Das war's dann erstmal. Ja, darum geht's weiter mit FUNINIGHT LEGENDER STATION. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet beim nächsten Itemshop. Das war's. Ich bin da raus. Ich verabschiede mich mit dem neuen Emote. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. 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 Zusehen.